Moin Leute und herzlich willkommen zur nächsten Folge hier bei Fußballmanager14. Und ja, so, wir wollen einmal kurz schauen. Spielergespräche haben wir ja in der letzten Folge schon gemacht. Das nächste Spiel geht übrigens gegen Werder Bremen. Wie wir in der Tabelle sehen, sind wir hier noch zusammen mit Dortmund, Schalke und Bayern ungeschlagen. Das heißt, wir sind hier wieder in der Spitzengruppe, im Spitzenquartett dabei. Hinter uns die Bremer, die haben jetzt auch die letzten beiden Spiele gewonnen als amtierender Pokalsieger. Und das wird nicht ganz einfach werden, aber ich denke mal, dass wir hier mit unserer Truppe das gut schaffen können. Ja, der Gnabry ist noch verletzt, allerdings nicht ganz so lange, nur noch ein paar Tage. Ich denke mal, der ist nächste Woche wahrscheinlich noch nicht ganz fit, aber spätestens beim Spiel dann gegen Park. Also gegen, äh, wer ist denn die, ist das, ja genau, Thessaloniki. Da wird er dann wohl wieder dabei sein. Und ja, dann würde ich fast sagen, dass wir so eigentlich dann auch spielen können. Aufstellung sieht gut aus. So, ein paar Spieler hinzufügen. Ja, das können wir natürlich dann auch noch machen. Wir haben jetzt aber auch nicht mehr so die Bringer hier. Ich weiß auch gar nicht. Ach, guck mal. Hä? Ach, das ist jetzt die zweite Mannschaft. Entschuldigung. Äh, haben wir hier Keine? Ich würde gerade sagen, wir haben doch einen Co-Trainer. Wieso macht der das nicht? Jetzt muss ich gerade mal gucken. Haben wir keinen Co-Trainer mehr? So, jetzt doch. Wurde Gott sagen. So. Also, dann kann es losgehen mit dem Spiel gegen Werder Bremen. Und da wollen wir natürlich Schritt halten mit den Top-Teams. Und wer weiß, vielleicht können wir unseren Meistertitel sogar verteidigen. So, was machen wir denn mal? Gras fressen. Ist immer gut, ne? Ist immer gut. Ja, dann werden wir mal schauen. Also, die Mannschaftsstärke war schon mal ein bisschen besser. Äh, aber wir sind auf dem Weg. Äh, wenn alle Spieler, ja, von der Fitness her dann oben an sind, dann haben die auch ihre Top-Werte. Und dann werden wir uns wieder der 900 nähern. Da bin ich mir ganz sicher. So, erste Möglichkeit. Holzhauser. Passt vors Tor. Polter kommt zu spät. Und Lukimia schafft es, den Ball hier leider zu klären. Ja, Polter ist ja auch unsere Tor-Garantie. Wie schon in der letzten Saison. Da hätte er ja fast den Rekord von Gerd Müller mitgenommen hier. Der ja bei 40 Toren liegt. Aber am Ende ist ihm leider dann die Puste ausgegangen. Also, äh, naja, Puste ausgegangen kann man nicht sagen. Der hätte dann schon ordentlich was machen müssen. So, hoffen wir mal, dass es nicht für uns ist. Ach du je. Und Bernard verletzt sich hier. Das ist ärgerlich, weil Gnabry ist ja auch verletzt. Oh, bitte lass es nichts Schlimmes sein. Also, sowas ist immer ärgerlich. Verletzungen ohne Fremdeinwirkungen, das sind immer die miesesten. Eine Zerrung, das geht ja noch. Das geht ja noch. Das hätte auch schlimmer sein können. Ja, fürs Spiel ist es jetzt natürlich ärgerlich. Aber wir haben ja auch noch den Schuppe-Moting auf der Seite. Also, ganz so dramatisch ist es ihn jetzt nicht. Ich weiß gerade gar nicht. Der Pagano spielt. Ähm, ja, hier könnten wir theoretisch auch den Hofmann noch mit in den Sturm nehmen. Ich warte aber erstmal ab, weil der Pagano, der ist ja ein 9-Sterne-Talent, der soll ein bisschen Spielpraxis bekommen. Den fördern wir hier ein bisschen und mit einer Spitze sind wir eigentlich bisher immer sehr gut klargekommen. Sollten wir aber ein bisschen offensiver gehen müssen, dann werden wir da natürlich dann auswechseln. So, ansonsten ist im Spiel jetzt noch nicht so viel passiert. 2 zu 3 Chancen. So, Freistoß. Petersen. Ja, also, gibt Freistoß für Mainz. Da wurde der Giroud wahrscheinlich mit dem Ellbogen irgendwo angegangen. So, und die nächste Möglichkeit. Pagano auf Polter. Der trifft den Ball nicht richtig. Aber. Ah, okay, der Pagano hat den Ball nicht richtig getroffen. Polter hat sich den Ball trotzdem geholt, aber kann hier Sebastian Mielitz nicht überwinden. Mittlerweile ist ja Wolf im Tor. Der Mielitz ist ja jetzt auch nicht der Stärkste. So, die nächste Möglichkeit von Choupo-Moting wurde aber von Polter vereitelt, aber auch auf der anderen Seite bei Bremen. Noch nicht so viel los. Die nächste Chance jetzt wieder für uns. Und das wird eine gute werden. Kämmer geht in den Strafraum, passt an den 5-Meter-Raum. Kevin Pagano lässt den Ball durch. Wimmer wartet. Oh, mach ihn. Jawohl. Und Kevin Wimmer, unser Innenverteidiger, macht hier das erste Saisontor. Lukas Kemmer hier, der von Bayern, den wir hier teuer gekauft haben. Der Youngster, der mit seiner dritten Vorlage jetzt schon glänzt. Sehr schön. Aber auch sehr schön von Michele Pagano, dass er den Ball durchgelassen hat. Also die Führung und ist eigentlich auch verdient. Also 2 zu 7 Chancen, da muss man nicht lange drüber reden. Das geht soweit in Ordnung. Wir haben deutlich mehr vom Spiel, vor allem in der letzten Phase. So, nächste Möglichkeit. Choupo-Moting. Und das ist das 2-0. Schön ist, schöne Aktion von Choupo-Moting. Einfach mal aus 16, 17 Metern abgeschlossen. Und Militz kommt da nicht mehr ran. Wunderbar. Also, das sieht nach einem guten Start aus hier. 2-0 in der ersten Halbzeit. Einer Minute wird angezeigt. Das erscheint viel. Naja, eine Minute Nachspielzeit kann jetzt nicht so viel sein. So, und die Mannschaftsleistung ist soweit in Ordnung. Gut, dass wir hier auch einen Ersatzmann von Choupo-Moting haben. Gnabry ist ja auch noch ein guter Ersatz, der ja normalerweise dann im offensiven Mittelfeld oder rechts oder auch links Platz finden kann. Und wir haben ja auch noch Maxi Beister. Also, da sind wir eigentlich ganz gut gewappnet. So, dann können wir nochmal zusehen, dass wir hier einmal bei der Frische ein paar Massagen raushauen. Und ja, da müssen wir nochmal bei der Moral ran. Die ist gerade nicht so optimal. So, Pagano. Ja, da müssen wir motivieren. Timo Horn Kemmer Umtiti Ja, wir können ja hier nochmal den Choupo-Moting. Der kriegt ein Lob, dass wir hier uns die guten Noten nochmal rauspicken. Kevin Wimmer natürlich auch. Und dann soll es das auch schon gewesen sein. So, nächste Halbzeit. Wir können mal ganz kurz auf die Tabelle schauen. Und da sehen wir, dass Schalke und Dortmund noch unentschieden, dass es da noch unentschieden steht. Bayern mit zwölf Punkten. Also auch die liegen in Führung. Und ja, Tordifferenz ist bei Bayern sehr, sehr gut. Ein Tor mehr als wir. Aber unsere Offensive sieht eigentlich auch soweit okay aus. Zwölf Tore aus vier Spielen. Das ist ein vernünftiger Wert. Fünf Gegentore. Ja gut, da muss man drüber reden. Aber da sind die Bayern einfach schon immer recht stark gewesen, was das angeht. Und ich lasse immer lieber Offensiv spielen. Ich bin jetzt nicht so einer, die 0 muss stehen, sondern ich bin eher, die 3 oder 4 muss stehen. Und dann zwar auf unserer Seite. Und auch damit gewinnt man ja die Spiele. Auch wenn es ja heißt, Offensive gewinnt Spiele, Defensive Meisterschaften. Aber ja, das ist soweit schon in Ordnung. Wir haben ja auch ab und an mal zu 0. Wir haben ja auch mit den besten Torhütern hier im Spiel. So, ein Freistoß einmal. Lukas Kemmer. Oh, der Ball senkt sich. Polter ist da. Und... Schade. Gegen die Laufrichtung von Militz, aber der Ball geht doch noch am Tor vorbei. Und jetzt verstreichen die Minuten hier aber super schnell. So, es gibt nochmal eine Ecke. Die sind ja auch sehr gefährlich, seitdem der Kemmer die reinbringt. Die erste im Spiel. Aber diesmal war es, ja, Vorführeffekt würde ich mal fast sagen. So, geht hier noch was. Eine Möglichkeit noch für Bremen. Junuzovic. Petersen. Aber schafft es hier zu parieren. Ja, kein aufregendes Spiel für Horn. Vier Chancen, die hier von Bremen kamen. Also, sehr, sehr schwach. Völlig verdienter Sieg. Auch mit 2-0 geht völlig in Ordnung. Höher müsste es nicht sein. Niedriger aber auch nicht. Also, damit können wir uns ganz glücklich schätzen, denke ich. Ist jetzt nicht so viel passiert. Bernhard hat sich verletzt. Na gut, das ist ein bisschen ärgerlich. Aber, wenn es bei Erzerrung bleibt, dann geht es ja noch. Ja, Schalke und Leverkusen haben sich unentschieden getrennt. Und auch Dortmund gegen Hannover. Freiburg gegen Lauter 0-0. Wolfsburg gegen Nürnberg. 3-5 zu 3. Meine Herren. Nettes Spiel. Weshalb haben wir die Tore? Klonarides, Badei, Nielsen, Ginczek, Molina, Badei, Gelb-Rot. Und dann, oi, oi, oi. Nachher Gelb-Roten haben dann die Wolfsburger aufgedreht und aus einem 2-3 ein 5-3 gemacht. Dost, Merkel und Diego. So, was haben wir noch? Wir haben ja gewonnen. 0-2 Hamburg. Starkes Spiel. 4-3 gegen Augsburg. Die haben auch, ja, guten Lauf gerade. 7 Punkte in den letzten 3 Spielen. Stuttgart verliert gegen Düsseldorf. Düsseldorf ist nicht der Aufsteiger. Die Aufsteiger sind ja Augsburg, Lautern. Der FSV Frankfurt. FSV Frankfurt ist für mich so das Braunschweig der Liga. Null Punkte jetzt noch. Und die werden ordentlich abgeschossen noch hier. 5 zu 1 gegen Hoffenheim. Derdiok, Firmino, Salijovic, Salijovic, Derdiok. Also zweimal Derdiok, zweimal Salijovic und Firmino. Und Bayern mit einem dürftigen 1-0-Sieg scheinbar. Mario Götze trifft zwar früh, aber so wie es aussieht. Boah. Also, ist ja noch schlimmer als bei uns gewesen von den Chancen her. Das ist ja fast gar nichts. Ich kann ja nochmal ganz kurz gucken. 5 zu 2. Ja, ist jetzt auch nicht überragend, aber okay. So, ich wollte eigentlich eben nochmal ganz kurz schauen hier auf unsere Torschützen. Polter mit einer leichten Ladehemmung, wenn man das so sagen darf. Drei Tore bisher in vier Spielen. Der Schnitt ist soweit okay. Bei der letzten Saison war er aber über ein 1,0 pro Spiel. Und ich weiß gar nicht, ob er jedes Spiel gespielt hat. Auf jeden Fall geht da noch ein bisschen was. So, Oberschenkelverletzung 10 Tage. Doch, das ist ja relativ lang. Ja, unsere zweite Mannschaft gewinnt 1 zu 3. Sehr schön. Und dann können wir eben nochmal ganz kurz Lauftraining machen. Ich weiß gar nicht, der nächste Marathon ist jetzt glaube ich in 12 Tagen. 15.9. Jawohl. Den sollten wir dann mal wieder schaffen. Das wäre nicht so schlecht. Ja, und dann bleibt uns hier eigentlich nichts anderes über als zu spulen. Wir können eben nochmal ganz kurz aufs Mannschaftstraining schauen. Wie sehen die Werte aus? Fitness. Ja, Fitness, das ist immer noch nicht so optimal. Jetzt müssen wir erstmal warten, bis es Montag ist. So, ein persönlicher Sponsorenvertrag. Und das ist wirklich ganz schön viel. Oh, 780.000 ist schon ein Batzen, ne? Das geht so weit in Ordnung. Nicht wundern über das Geld. Wir haben hier, sind an die Börse gegangen, weil es einfach Sinn macht. Weil es einfach Sinn macht. So, und jetzt können wir auch hier mal ein bisschen weiterbauen. Können wir mal eben schauen. Wir haben ja jetzt auch Kohle ohne Ende. Es muss nicht unbedingt eine Straßenbahn sein. Wir können ja mal gucken, was bringt die. Ah ja. Ach was. Über 40.000. Naja, aber das, ich weiß auch nicht. Medienzentrum, das ist glaube ich auch okay. Ja, das ist alles noch. Bis sich das rentiert. So, Trainingszentrum. 5,5 Prozent. Also auch ganz wenig Auswirkungen hier nur. Kundenzentrum, was haben wir hier? Fan-Beliebtheit, mehr Ticketsverkäufe. Also für, ja, 1,57 Millionen. Jugendzentrum. Also in die Jugend sollte man eh immer investieren. Dann machen wir das einfach mal. Ja, das nächste Spiel gegen Borussia Dortmund. Das kann ja nochmal lustig werden. So, wir werden auch wieder, weil Schuppermutting einfach eine gute Leistung gezeigt hat, kommt er denn auch rein. Gnabry ist nicht fit, kommt aber auch nochmal wieder rein. Ja, an der Fitness müssen wir wirklich noch ein bisschen was tun. Das sieht immer noch nicht so ganz toll aus. Wir können mal eben ganz kurz gucken. Ja, da wird uns jetzt wieder die nächste... Ja, jetzt habe ich wieder verpasst, hier auf Pause zu drücken. Ja gut, dann müssen wir das beim nächsten Mal machen. Wir können eben nochmal ganz kurz ins Taktik-Fenster gehen. Djurjic und Polter, das ist soweit in Ordnung. Von dem Djurjic habe ich jetzt im letzten Spiel mal gar nichts gesehen. Also rein gar nichts. Bisschen enttäuschend. So, und dann werden wir hier nochmal ein paar Spielergespräche führen. Die Moral muss ein bisschen nach oben. So, in welcher Form ist er? 13, da geht nicht mehr so viel. Um Titi. Gut trainiert, wunderbar. So, dann haben wir den Wimmer. Lieber den hier. Na also, da kommen noch die blauen Punkte so langsam mal zum Vorschein. Denn man kann nur wirklich richtig gut spielen, wenn man blaue Punkte hat. Und am besten noch einen Stern mit drin. Das macht sich auch an der Spielerstärke dann bemerkbar. Und so kann man die nochmal richtig pushen. Top Form. Ja, bei 11 kann man das schon mal... Na gut. So, auch er hat sich, glaube ich, verbessert. 867 jetzt schon die Stärke. Form 12 ist soweit in Ordnung. So, Pagano. Ach. Richtig. Da war was. Ach ja, stimmt. Der hat ja schon unterschrieben. Na gut. Ja. Wie sieht's denn bei ihm eigentlich aus? Ach, der gehört ja uns schon sicher. Dann können wir hier auch nochmal Spielergespräche führen. Philipp Hofmann müssen wir auch ein bisschen bei Laune behalten. Ich meine, der ist Ersatz. Der wird aber auch spielen, sobald es mal hinten dürftig aussieht oder vorne dürftig aussieht. Dann wird er auch kommen. Also, der wird seine Möglichkeiten bekommen. Ja. Und ich sag dann einmal, einen schönen Tag noch. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Da geht's dann gegen Borussia Dortmund. Da wird's dann das erste Mal richtig knackig. Das nächste Ligaspiel gegen Leverkusen auch nicht unbedingt einfach. Aber jetzt zu Hause gegen Dortmund. Mannschaftsstärke ist quasi identisch. Ich würde mich freuen, wenn ihr dann auch wieder dabei seid. Und da wollen wir natürlich dann so ein kleines Polster uns schon mal auf Platz 4, wo die Dortmunder stehen, ausbauen. Das wäre nicht so schlecht. Hätten wir 15. Dortmund würde bei 10 bleiben. Hier Hamburg, Düsseldorf auch maximal dann bei 10. Und dann haben wir schon ein kleines Polster. Das wäre doch schön. Also, wir sehen uns in der nächsten Folge. Macht's gut, Leute. Bis dann.